Hallo und Willkommen wieder zurück zu einem Video. Ich habe keine Ahnung, was man kauft. Es ist Mundo. Mundo, Mundo. Auf Hexerkill. Ich habe keine Ahnung, wie man Mundo spielt. Ich habe noch nie Mundo gespielt. Ich bin so fett irgendwie. Was soll das? Ich habe keinen Plan, was ich tue. Der Jump ist fucking amazing. Der hilft einfach die ganze Zeit irgendwelche Messer? Küchenmesser? Ich habe gewonnen. Was ist? Was? Hier. Womit scale ich eigentlich? Nur mit Health? Verdammter Scheiße. Ich kann ja nicht mal ID gehen oder so. Ich bin boosted. Lass mich. Ehrlich? Wie spielt man den Scheiß? Was? Oh no! Der Champ ist verdammt noch mal Verdammt Wie spielt man den Scheiß? Ehrlich? Was? Stimmt das, was ich mache? Ok, schaut mal Jetzt kommen die Plays Ok, ready? Wer ist der Meister? Ihr habt keinen Plan wie mit dem Scheiß? Spielt, ehrlich? What the fuck? Ich hab gewonnen Yeah Oh yeah Wuhuuu 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 Wuhuu 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 So Hilfe Warum? Der ist gestorben Er ist gestorben Er ist gestorben Er ist gestorben Wie spielt man das? Ich verstehe es nicht Was ist, was ist das für ein Champion? Hä? Ich mach einfach irgendetwas und ich stehe 5 7 3 Ich hab Ok Was? 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 Das macht ein Viertel? Alter wie OP ist das denn? Hä? Das kann ja nicht sein Warte Ihr habt keinen Plan was ich genau mache Ich hab keine Ah, kein... Kein Exakir! Okay... Was ist das? Ich versteh's nicht. Was? Ich hab sie getötet. Ich bin Meister. Danke. Das ist ja nicht einmal witzig. Sauber. Oh. Oh. Ich hab... Ich don't need... Nein, okay. Ich hab nicht... Oh. Das ist das... Was? 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 Was ist das für ein Kack-Chem? Was? 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 Was ist das für ein Kack-Chem-Chem-Chem-Chem-Chem-Chem-Chem-Chem-Chem-Chem? Was? Nichts